Ich begrüße dich ganz herzlich zur sechsten Raunacht. Die sechste Raunacht steht für den Monat Juni und für die Grundthemen Familie, Eltern, Partner und Kinder. Die aktuelle Tagesenergie harmonisiert unsere Gedanken und verbindet unsere gedankliche Ebene mit unserer emotionalen Ebene. Das heißt, wir können hier heute wirklich liebevollere Gedanken denken, wir können hier auch unserer Liebe mehr Ausdruck verleihen. Schau dir heute die Beziehung zu deinen Familienmitgliedern an. Schau dir an, wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern, wie ist deine Beziehung zu deinen Kindern, wenn du hast, wie ist deine Beziehung zu deinem Partner, wenn du hast. Und wie ist deine Beziehung auch zu dir selbst. Denn jede Beziehung, die wir im Außen haben, basiert auf der Beziehung zu uns selbst. Gibt es Dinge, die ausgesprochen werden möchten? Gibt es Dinge, die noch losgelassen werden dürfen? Gibt es Dinge, die vergeben werden dürfen? In der heutigen Meditation auf Spendenbasis geht es darum, dass du Geschenke von deinen Familienmitgliedern annehmen darfst. Diese Heilsitzung oder Heilmeditation lässt die Liebe zwischen dir und deinen Familienmitgliedern erblühen. So könntest du heute als Ritual dir überlegen, welche Energien du welchem Familienmitglied schenken würdest. Setz dich hin und sende ihnen in Gedanken genau diese liebevollen Energien. Als Räucherung empfehle ich dir heute den Rosenweihrauch. Denn er verbindet zum einen die Energien des Weihrauch, die Energien von Segen, Erhöhung der Energien. Und gleichzeitig durch diese Komponente der Rose wirkt es sehr stark wiederum auf unser Herzchakra. Es dehnt die Liebe in uns aus und es lässt uns auch in die bedingungslose Liebe eintauchen. Als Duft empfehle ich entsprechend auch die Rose heute, denn die Rose ist, wie gesagt, ein Herzöffner, ein Liebesträger. Als Gewürz empfehle ich den Majoran. Denn der Majoran wirkt auf unserer emotionalen Ebene, auf unserer Gefühlsebene sehr krampflösend, sehr beruhigend und sehr stark entspannend. Die heutigen Heilsteine sind Bernstein und Zitrin. Sie fördern unsere Lebensfreude. In Kombination findest Du die Düfte Myrrhe, Palmarose, Zimtblätter, Zitrone mit den Heilsteinen Bergkristall, Bernstein und Zitrin. In der Kristallessenz im Auraspray Nummer 6, die Schönheit des Lebens. Sie nährt unser Sakralchakra, stärkt das Genießen und Erkennen der Schönheit der Erde und das damit verbundene Hiersein. Ebenso hilft sie uns Traurigkeit oder auch Einsamkeit und tiefe Sehnsucht aufzuheben, uns nicht mehr so getrennt zu fühlen und die Kontaktfreude zu anderen Menschen wieder zu stärken. Sie nährt die Liebe in uns, die Verbundenheit und das Licht. Gleichzeitig wirkt sie stark klärend und kann tiefsitzende Muster und Blockaden lösen. Nimm Dir heute wirklich die Zeit und lebe Dich kreativ aus. Male, bastle, sei einfach kreativ. Stelle kleine Geschenke, die von Herzen kommen her und wo auch wirklich Deine Herzensenergie mit reinfließt, über Deine Hände und spüre diesen Segen, die Freude und die Dankbarkeit. Und wenn Du möchtest, dann nimm Dir heute tatsächlich auch bewusst Zeit für Deine Familie, für Deine liebsten Menschen in Deinem Leben. Ich wünsche Dir einen wundervollen Raunachtstag und sende Dir ganz viel Liebe, Licht, Kraft und Segen. Bis morgen, Deine Annabella Deine Annabella Deine Annabella Deine Annabella Deine Annabella Deine Annabella Deine Annabella